hallo liebe video freunde ja ich sitze gerade im wohnmobil michael ist bezahlen gegangen und bei uns haben sich die pläne ein kleines bisschen geändert und zwar brauchen wir nicht noch mal diese passstraße zu fahren michael hat geschaut dass es noch einen anderen weg oder beziehungsweise zufällig gesehen dass es noch einen anderen weg gibt und dann haben wir uns natürlich für den anderen weg entschieden leider kommen wir dann natürlich nicht mehr in kranz gora vorbei an diesem schönen see sehr schade eigentlich aber das nehmen wir in kauf wenn wir nicht noch mal diese straße fahren müssen ja michael hat gerade bezahlt und kommt zurück was hast du jetzt bezahlt für diesen campingplatz unter 31,50 euro also ihr habt es gehört 31,50 euro für zwei personen mit strom mit hund mit hund strom alles pipapo war ein sehr schöner campingplatz eigentlich bis auf die duschen wie gesagt hat er gestern schon gesagt es war nicht so also dann bis später liebe freunde möchtest du auch noch mal winke winke machen so Amen. 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 Amen.